Norddeutscher Rundfunk 2021 Schiff, wir sollten da wieder neue Bilder machen für unser Profil. Hier ist doch eigentlich voll das coole Motiv, oder? Lass uns sofort loslegen. Das wird bestimmt viele Likes geben. Machst du da ein Bild von mir? Ja, perfekt. Okay, das reicht jetzt. Komm, jetzt bist du dran. Ich glaube, wir sollten die Fotos noch ein bisschen pimpen. Ansonsten bekommen wir nur blöde Kommentare. Ja, ich glaube, da geht noch was. Mach mir vielleicht ein Tattoo auf den Arm. Yo. Hey. Seid ihr ready? In 10 Minuten können wir aufs Volleyballfeld. Wir müssen zuerst noch unsere Bilder zu Ende bearbeiten. Zeig mal her. Hier. Schaut. Das sind ja voll die Poser-Bilder, Alter. Ja, wozu gibt es denn Filter? Ich mein, das macht doch jeder. Ja, nur, dass es mit euch dann nicht mehr so viel zu tun hat. Typisch Jungs, typisch Mädchen. Was soll das überhaupt sein? Lass dich nicht in Rollenbilder reinpressen, die dir soziale Medien vorgeben. Sag einfach du. Also, das ist doch jetzt mal eine coole Pose. Ja, ein Foto, ne? Ciao. 2 3 2 3 4 5 5 6 7 9 8